Hup, Alter, was ist denn mit den Schweinchen los? So, hier geht's nicht weiter. Uff, komm ich da ran? Komm ich da ran? Ne, sieht nicht so aus. Scheiße. Na gut. Dann nehmen wir hier einfach nochmal die Dose. Und legen einfach hoch. Tadaa. Und da ist schon wieder ne blaue Dose. Aber erstmal natürlich die Diamanten holen. Ohohohoho. Ne, ich kann das nicht. Gah. Ist ja auch geil. Hust dich. Hust dich. Ach, ich will wieder eine Hilfe. Chill, ich komm gleich. Geht's hier irgendwie hoch? Ja. Ohohoho. Hm. Hm. Ohohoho. Ohohoho. Hm. Hm. Da war wieder so ein komisches Vieh zu retten. Komm ich da ran? Okay. Hey. Da hinten geht's noch weiter, oder? Kann man da hin? Achso ist ja der Anfang. Ohhhhh. Was ist bloß los? Was ist bloß los ey? Ich glaub's ja. Okay. Wir müssen auf jeden Fall dann mit der blauen Dose weiter. Im blauen Anzug. Wir müssen auch bestimmt nach da oben. Aber ich will dieses Viehchen auch befreien. Die Viehchen. Ah. Nein. Nein. Nochmal. Was war das denn? Nein. Oh, nö. Zum Kotzen. Mann, Harry, streng dich mal ein bisschen an. So. Boah, ich krieg gleich ein Rappler hier. Jetzt warten. Dann sch- Äh. Scheiß, drei Idee, die wir uns alle nahe sahen. Scheiß, drei Idee. Warum nimmt er das denn nicht? Verdammt doch mal. Mann. Ist der doof? So, jetzt aber. Hallo. Nein. Scheiße. Warno. Oh. Nein. Oh, Leute. Wieso? So, nochmal. Zack. 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 Und jetzt. Nein. Ich drücke immer zu spät. So. Jetzt aber. Zack. Nein. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Okay. Hast du reingemacht. So, Mr. Dose. Lad mich nochmal auf und dann geht's los. Alter. Irgendwas mache ich falsch. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen gerade völlig die Worte. Da brauche ich bestimmt eine ganze Folge dafür. Ist auch wieder schön. Mann, ey. Alter. Dieser rote Pfeil will mich wohl verarschen. Der will mich verarschen. Der will mich verarschen. Kurz Luft holen. Und los. Und. Ach, Mann. Ja, hör mal auf zu schreien. Ich werde gleich verrückt. Also noch verrückter. Ja, noch verrückter. Okay. Jetzt schaffen wir's. Ja. Nochmal. Verdammt, der Anzug ist gleich wieder weg. Ich muss nochmal zurück. Nein. Nein. Warum? So, jetzt. Zack. Und. Zack. Und zack, 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 zack. Hä? Und der Anzug ist gleich wieder weg. Scheiß aufs kleine Männchen. Ich schaffe ja nicht mal so das Level. Alter, was war das denn? Nein. Leute. Hilft mir. Mir fehlen die Worte. Jetzt sterbe ich auch gleich. Das ist alles eine Scheiße hier. Jetzt beeile ich mich mal ein bisschen. Tut mir leid, Leute. Mir fehlen gerade irgendwie die Worte. Das ist ja echt zum verrückt werden. Kann ich nur oft genug sagen. Ich meine, hallo. So, jetzt. Nein! Das ist der Greifer. Jetzt nimm doch mal die Scheiße. Ich könnte heulen. Jetzt. Wetten wir? Wetten wir jetzt? Jetzt hält die Schnauze. Der nimmt das nicht. Nein. 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 Der Anzug ist auch gleich weg. Gott sei Dank hat man mir nötig Zeit wegen dem Anzug. Weil sonst mit Zeitdruck würde ich das auf keinen Fall schaffen. Ja. Ja. Yes. Gott sei Dank. Schnell weiter. Oh. Ich hab's geschafft. Ich brauch mal kurz Applaus für mich selber. Oh. Ich bin so happy. Oh. Oh. Ach. Man hätte ihn sowieso befreien müssen. Okay. Nummer vier. Oh. Leute. Ich bin fix und fertig. Oh. Zocken ist anstrengend. Das könnt ihr mir glauben. Oh. Wer ist als Ede. Hey Gurkennase. Wenn du die Wüste durchqueren willst, musst du durch die Katakomben. Dir geht's wohl nicht gut. Die Katakomben sind voller Knaren. Und diese Monster sind unbesiegbar. Okay. Hast du eine bessere Idee? Klar. Darauf kannst du wetten. Also hör zu Gurkennase. Die Knaren dürfen nicht an dich herankommen. Verstehst du? Niemals. Wenn ihre Klauen dich berühren, bist du tot. Nett deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Gurkennase? Habe ich das gerade richtig gehört? Ich heiße darauf, dass die unbesiegbar sind. Ich bin doch keine Gurkennase. Zwar eine große Nase, aber... Und dafür konnte ich ja nicht weiterspielen. Oh Gott. Das sind so unheimlich, die Viecher. Die kann man einfach nicht besiegen. Und jetzt kommen sie. Das ist... Oh. Die sehen ja nicht unheimlich aus, aber ich weiß nicht. Jetzt kommt er und da... Ich konnte nicht weiterspielen. Ich war... Was die gelabert haben. Oh, so bescheuert eigentlich. Was muss er denn? Bäh. Nein, 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 nein. Was finde? Hau ihm auf die Augen. Hau ihm auf die Augen. Was ist das? Was macht er denn jetzt? Alter. Was ist denn jetzt los? Scheiße, ey. Ganz cool bleiben, Harry. Ganz cool. Hau ihm auf die Augen. Oh, das ist echt mies. Komm ich hier rüber? Ja. Äh. Seht ihm das Fell über die Ohren. Was lacht man denn? Seht ihm das Fell über die Ohren. Seht ihm das Fell über die Ohren. Ach hier. Heißt ihm die Haare aus. Heißt ihm die Haare aus. Heißt ihm die Haare aus. Oh, bis wer? Guckt mal, oh, bis wer? Nummer 5. Ich muss los. Papa wartet auf sein Schaumbad. Bäh. Aua. Nicht cool, Bro. Das lichter wäre. Sagt mir das keiner? Scheiße, wie geht... Ach, bestimmt mit dem Gong, oder? Komm ich da mit der Pakete so ran? Nee, natürlich nicht. Doch. Geht da runter. Ist doch doof. Ei, 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 ei. Schaff ich doch nicht mehr als. Ey, hoffentlich ist der noch weg. Lass den rennen. Fleisch mit Salz ist besser. Scheiße, 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 scheiße. Okay. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Fleisch mit Salz ist besser. Ja, heul mal in die Schwung. Oh, ich muss ja den Gong drücken. Stimmt ja. Alter, ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ist mal ein bisschen Gemüse, das ist gesünder. Mach ich auch immer. Ja, jetzt mach hin, ey. War Alarm? Nee. War Alarm. Ist doof, dass sich die Kamera dann immer wieder umschützt. Ja, jetzt geht doch. Jetzt, was, was wird's? Boah, Alter. Komm her. Ja, wie soll ich denn da vorbeikommen? Komm her. Aua. Ziele auf die Gongs. Das lockt die Knaren an. Bist du doof? Natürlich. Geh weg. Hau dem auf die Augen. Ich hab's ja verstanden. Ich bin doch nicht doof. Also nicht so doof. Es wird fairer. Oder ich werde dümmer. Ich glaub eher letzteres. Aber diese Zwischensequenz nervt ja auch. So, jetzt starten wir's. Willst du mich verarschen? Jetzt haben wir's. Ich bin der König der Welt. Ich rieche frisches Fleisch. Ich rieche frisches Fleisch. Ja, du riechst frisches Fleisch. Wir haben's verstanden. So. Nochmal. Nochmal. So. Uäh. Ich wollte eigentlich nur Tschüss sagen. Geh weg, 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 weg. Leist ihm die Haare aus. Was ist das? Was ist das? Was sind das denn Eier? Hä? Ich hab gar nichts gedrückt. Schickes Ei. Bisschen eckig. Ein Eck-Ei. Ei. Was sind das? Ei. Ge weg, 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 weg. Geh weg, 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 weg. Was war das? Ja. Was war das? Geht weg. Alter. Da mit der Musik. Ich hasse das.